Liebe Plattenküchenfreunde, in unserer letzten Plattenküche hatten wir Sie um Zuschriften gebeten und 1741 in Zahlen 1741 Briefe haben uns erreicht. Darunter waren 26 negative und die können natürlich nicht an dem Wettbewerb teilnehmen, denn wir hatten ja nach der positivsten Zuschrift gefragt. Und die hat geschrieben, er hier, unser glücklicher Gewinner. Wie viel mal hatten Sie das Wort positiv auf eine Karte geschrieben? 21.792 Mal. 21.792 Mal, das ist der Rekord, das ist der Rekord. Ich gratuliere Ihnen, Herr... Klaus Frankel. Herr Klaus Frankel. Und Herr Klaus Frankel, wenn Sie nun noch meine nachfolgende, sehr schwierige Frage beantworten können, dann wartet noch ein hübscher Gewinn auf Sie. Ich stelle jetzt mal die Frage, welches ist die beste Musiksendung im deutschen Fernsehen? A. Disco. B. Musikausstudio. B. C. Musikladen. Plattenküche. Ja, das war eine gesunde Antwort. Ich gratuliere und danke Ihnen. Und nun wartet noch eine Überraschung auf Sie. Würden Sie mal bitte zur Belohnung da auf diesem schwarzen Stuhl platzen. Vorsicht. So. Und würden Sie jetzt mal bitte Ihr rechtes Bein so ausstrecken. Ja. Kleinen Moment. Passiert gleich was. Und jetzt. Achtung. Jawohl. Er dreht sich. Und der Gegenstand, auf den Ihr ausgestrecktes rechtes Bein beim Stillstand zeigt, das ist Ihr hübscher Gewinn. Und jetzt bin ich's. Nein. Er dreht sich weiter. Es wird... Ja, weil er steht und er hat gewonnen, den Heimbügler. Herzlichen Glückwunsch. Herr Dr. Möhrer. Ja. Ich möchte Ihnen gratulieren. Meinen herzlichen Glückwunsch. Meinen herzlichen Dank, Herr Dr. Möhrer. So, dann kann ich mich jetzt zum Produktionsesbuch ziehen. Ja. Ich muss auch. Liebe Plattenküchenfreunde, wie schon beim ersten Mal, möchte ich Ihnen auch beim zweiten Mal um dieselbe Zeit meinen Platten-Tipp vorstellen. Diesmal handelt es sich um eine ganz besonders heiße schwarze Scheibe. Die ist nämlich so heiß, dass die Redakteure sie nur selbst auflegen dürfen. Ansonsten ist die in den Funkhäusern verboten. Unter uns gesagt, es handelt sich um Porno. Also eindeutig, zweideutig. Aber mir ist es gelungen, diese heiße schwarze Scheibe in unsere Plattenküche reinzuschmuggeln. Und die werden wir jetzt mal kochen, äh, spielen. Ich tu das mal. Oh, die ist aber wirklich zu heiß. Oh, das ist eine andere Küche. Gestern noch im Kühl, heute sind wir in der Plattenküche. Dein Wunsch. Mein neuer Hund, Felix, ein Geschenk von der Mafia-Zentrale Palermo. Mein neuer Buddy-Wächter, sehr gefährlich. Schützt mich vor den erregten Damen. Aber dich wird ermögen, dich wird ermögen. Ansonsten ist er der volksamste Hund der Welt. Volksam? Ja. Wollen wir gleich mal testen. Also, pass auf. 14 geben können wir auf. Felix. 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 Sitz. Felix. Donnerwetter. Felix. Fütchen. Sehr gut. Und jetzt nochmal. Felix. Platz. 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 Rudo. Hallo, Frankie. Rudo, du bist der Goethe unter den Pop-Poeten. Auch du, mein Freund, hast es nun erkannt. Ja, du hast dich um den deutschen Rock verdient gemacht. Brauchst dich gleich rot zu werden. Übrigens, ja. Und du hast mit deinen Texten und Liedern bewiesen, dass die deutsche Muttersprache zum Rock'n'Roll passt, wie die Cindy auf den Berg. Ja, was bringst du heute? Ein Panik Evergreen, Johnny Contrulletti. Oh, Johnny Contrulletti. Ja, hallo, Johnny. Jetzt noch, and don't you forget it. And as his eyes became a roll, he said everything's under control. Ruhe! Keine Panik auf der Pitanik! Hat jemand ein Streichholz? Seit wann rausst du, Helga? Oh, ist das Finster. Man sieht ja deine Hand nicht vor den Augen. Helga, bleib sauber. Äh, Lindenberg! Für Sie immer noch Herr Lindenberg. Ich kann momentan nicht checken, ob Sie noch lippensynchron sind. Ich hab den Fehler gefunden. Wie schön. Wir malen hier Schluss noch mal, Herr Lindenberg. Ich glaube, der ist auch geplatzt. Aufnahmeleitung! Du, jetzt verstehe ich, glaube ich, warum die mich vor dieser Sendung gewarnt haben. Oh Mensch, du wärst doch besser bei dannen Unterwasser filmen geblieben. Dann werde ich wenigstens nicht so nass. So geht das am besten. Sollen wir fahren die Dinger ja immer rein. Sag, du isst noch nicht so lange. Schnell, fondue! Seht ihr, Kinder? Oh, scheiße. Bitte? Aua. Das sieht gesund aus. Es schmeckt. Mehr kann man ja schnell. Oh! Man muss ja mit der Zeit gehen, ja? Danke schön, danke schön. Danke sehr. Ich war mal bei einem Bauern eingeladen und da aßen wir auch alle aus einem Kopf, aber dann gab das frische Suppe. Und dann auf einmal, dann hatte ich meinen Knochen und dann wusste ich nicht, wohin damit. Und dann hat der Knecht mich angestoßen und hat gesagt, tu ihn wieder rein. Ich hab ihn auch schon gehabt. Vielen Dank. Schönen, schönen. Übrigens, vorhin hat der Intendant in den Topf geguckt und habe ihn gefragt, wie es um die Zukunft der Plattenküche bestellt sei. Oh, 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 was hat er denn gesagt? Die Sendung wird Folgen haben. Guck dir das an, aus dem eigenen Käse und den denn auch noch mal in die Länge ziehen. Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Is that aisson? Oh, oh, oh! Oh, oh!